moin hier ist euer blaze ich wurde ein paar mal gefragt bei mir im discord warum bauen meine schmelzen nicht ab also warum entwickeln die also wenn man halt die die länder baut dann sind sie am anfang so selber diese dinger da und ich habe halt am anfang überlegt auch erst ein bisschen überlegt muss ich ehrlich sagen und jetzt haben mich schon ein paar gefragt wie kann ich quasi hier die ausgabe machen ihr habt hier so einen tollen toggle button linke maustaste rechte maustaste etc eine nur linke maustaste sorry könnt ihr das umschalten für einnahme also input und output ist dann euer blaze